Doch Raths sagt melodramatisch ab. Siebzehn Jahre war ich alt und jung und habe in London auf einem Ball zum Tanz aufgespielt. In der Pause habe ich eine junge Baroness aus Paris kennengelernt. Wir haben uns in einem Nebensaal in ein finsteres Winter gesetzt und geplauscht. Sie war jung wie ich, schön wie ich, verliebt wie ich. Ich habe ihr von Heimat erzählt, von Zigeunern und Wäldern, von der Liebe, von der Puster. Da haben mir die Augen geleuchtet und sie ist mir um den Hals gefallen. Und es war finster und es war heiß, sehr heiß. Da habe ich sie geküsst. Geküsst habe ich sie, bis der Vater uns erwischt hat und hat Krawall gemacht. Er hat sie mir weggerissen und wieder nach Haus genommen nach Paris. Heiraten habe ich sie nicht können. Da habe ich ihr auch nicht die Ruhe rauben wollen. Und deshalb bin ich nie nach Paris gegangen. Dort lebt meine Jugend.